ARD Text im Auftrag von Funk Er ist getaumelt, aber vielleicht war es ein Schildschlag oder so ein Quark Aber blöd, dass ich da kein Adrenalin hatte Na gut, dann auf ein neues Warte, ich weiß nicht, woher der zweite kam Na tut, da war noch was Hier war irgendwann Das ist alles das andere Ich glaube, jetzt habe ich alles Dann mache ich mal das, damit es weg ist Okay Dann, let's go again So, ich gehe mal ganz hoch Weil das was Neues ist, was ich noch nie gemacht habe Die müssen sich mal ein bisschen verteilen hier Oh, da ist auch ein Feuer Ja, das muss ich dann Ähm Manipulieren Hm 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 Das der das nicht gehört hat Eine Tauben Nuss ist ja, eine Tauben Nuss Kann ich da nicht Wahrscheinlich nicht Oh Warte, komm her Komm her Komm her Komm hier raus Ja, heil dich Heil dich Ja, ist in Ordnung Komm her Oh komm Jetzt tritt ihn Hä der ist immer noch da Ich bin tot Ich wollte gerade spielen Äh Wieso ist der Ja eben Wieso ist der nicht runtergefangen Und damit begann die dunkle Zeit Die Banken nahmen uns die Bars Die Geschäfte und dann unser Zuhause Es musste sich was ändern Und das konnte nur ein Mann schaffen Oder eine Frau Ja Jetzt Beginnt die dunkle Zeit Niemand darf nicht entdecken Äh was machst du mit dem Baum Oh Gott Was war das denn Und was ist das hier Äh du bist einfach durch Ja vielleicht ein bisschen Äh Was war das denn jetzt für ein Quark Okay Die müssen sich erst wieder verteilen Warte mal Da in der Mitte ist das Feuer Dann 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 schleiche ich mich erst mal zum Feuer Das ist wichtiger dass Äh Da niemand Äh Alarm schlägt Weil suchen die schon nach mir Das kann eigentlich nicht sein Aus irgendeinem Grund Haben sie mich jetzt gesucht Oder suchen sie mich immer noch Oder suchen sie mich immer noch Geht da hoch Geht da runter Geht da runter Geht da runter Völlig Dammit Was war das Nichts Nichts Oh, der schaut halt ja jetzt genau hierher. Und wenn ich die Leiter nehme, sieht er mich wahrscheinlich. Nee, tut er nicht. Idiot. Warte mal. Ich schnettere ihn ein bisschen und dann haben wir Salat. Ey. Ach der, wie Cassandra abgeht? So eine Furi. Alter. Ähm. Was für ein Level bist du eigentlich? Äh. Level, Level, Level? Level 11. Eigentlich Level 12. Ja, und die sind alle Level 12, ja. Ich sehe, was du meinst. Nein. Nein, dann mache ich die zwei. Schön, dann muss ich hier noch ganz, ganz schnell. Das war stecken. Oh, du hast einen roten Mund. Äh, Mund. Nicht nur Mund. Äh, roten Kopf. Der war zu lang in der Sonne. Der Arme. Ich, äh, leg den mal schnell in Schatten. Das wird ihm helfen. Oh, warte, warte, warte. Äh, wieder zurück, zurück. Kommando, zurück. Ich wollte, ja. Der einzige Grund, warum ich hier war, war, weil ich zu dem Feuer wollte. Und jetzt ist hier. Das war sehr, sehr close. Gut. Oh, naja, naja, naja. Tja, was mache ich jetzt mit dir? Ha. Was kann ich jetzt mit dem machen? Ja, schaut halt genau hier her. Das ist sehr krass unpraktisch. Das ist gut. Pst. Das ist schlecht. Geht da hoch. Ich bin gerade ein bisschen in, äh, Gefäng, Bedrängnis. Komm, ganz schnell, ganz schnell. Oh. Okay. Ja, ja, ist ein bisschen blind. Okay, da ist noch einer. Oh, warte. Ich habe die Leiche da oben gelassen, ne? Shit. Ich, ich musste so, so schnell schießen, weil sonst wäre er ins Gebäude rein. Und oben hätte er ja die, die da hier gesehen. Ja, ich hätte einfach verhandelt sein, bis er oben ist. Uhuhu, uhuhu. So, wo schmeiße ich dich hin? Äh, also hier raus nicht. Äh, das, das war sehr erfolgreich. Äh, Tobi, hast du, äh, mit seinem roten Kopf was zu tun? Ne, 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 wie gesagt, das, das ist, äh, Sonnenbrand. Hast du mir etwa nicht zugehört? Äh, da geht's schon tief runter. Gut. Okay, der, der kann erst mal da stehen. Dann, dann hole ich mir erst mal das erste Quest-Ding. Ähm, warte mal. Wie der Geiler hier rumstopft. Äh, wahrscheinlich hier drin, komm. Äh, erst mal hier looten. Loot, loot, loot. Und dann hier hoch. Ah, da ist es. Hier sind sie. Ein bisschen blutig. Aber sie glänzen noch wie Saphire. Hm. Ja, nice. Gibt's da oben was? Genau, da, da war ich ja schon. Okay, äh, da, da war noch ein weißer Punkt. Drei Drachen, das ist wunderbar. Ach, wie cool, da kann ich ja hier rüber. So, ich würde hier wirklich alles, äh, platt machen, weil ich muss ja die, weil ich, ich muss ja nicht alles töten. Ich muss ja einfach nur, ähm, die, äh, Schätze da klauen und kaputt machen. Das kann ich auch ohne alles zu töten. Ja, 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 ja. Okay. Okay, okay, man muss Problemmach ausschalten und ein, den Hauptmann. Okay. Die muss ich schon ein bisschen mehr töten. Ah. 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 Dann muss ich wirklich alle töten, weil... Wie kommt der jetzt runter? Bye bye. Ähm, genau. Hat der gerade auch gesagt? Weil die kann ich ja nicht mit One-Shot killen. Bei denen könnte ich jetzt auch schon angreifen. Den guten. Der schaut halt in meine Richtung. Aber er sieht mich nicht. Ich bin ja auch unauffällig. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Gut, dann machen wir es mal umständlich. Aber wie fies? Der weiß schon, dass wir kommen. Der dehnt sich gerade. Ich glaube, wir werden sehr viele... Ich glaube, wir werden sehr viele... Geil. Nein! Nein! Gut. Ah, das war genauso, wie ich geplant habe. Sehr schön. Und jetzt können wir hochgehen und den Puma... Der den Lux... Ich weiß nicht, was das war. Befreien. Das ist ein... Das ist ein Luchs, oder? Ja. Die Pustelohren. So. Aber der wird auch nicht sehr lang überleben. Ich meine, der... Der dicke Bär ist ja auch sehr schnell gestorben. Und ich habe... Ich mache gerade wieder das, was mir bei anderen Streamern so stört. Ich bin gerade Level Up und ich habe das ignoriert. Gut. Sorry. Also, Level 12. Kann ich hier irgendwas verbessern? Nicht, oder? Level 16 muss ich da sein und hier einfach in der Geschichte vorankommen. Das kann ich ab Stufe 16. Okay. Ähm. Genau. Um 20% beim Einsatz von Jägerfähigkeiten werden keine normalen Pfeile verbraucht. Ja, das normale Pfeile verbrauchen ist eigentlich unwichtig. Aber das 20% mehr ist schon... Schon nice. Und sonst könnte ich ja diesen... Diesen... Pfeile Hagel machen, aber wann werde ich den schon einsetzen? Wenn die wissen, wo ich bin, dann... Äh. Aber 300% Jägerschaden... Ich weiß halt nicht, ähm, wie viel... Wie viel das wirklich ist. Also an sich klingt das echt extrem viel. Aber... Ich. Naja. Ich werde erstmal meinen... Äh, meinen... Äh, Pfeile schaden. Betäubung. Ah, genau. Warte mal. Stimmt, ich... Ja. Äh. Okay, nächstes Level. Stimmt. Die Betäubung. Ich wollte ja die Tiere betäuben. Genau, genau, genau. Ah, sorry. Das habe ich jetzt wieder vergessen. Tschau. Ah, dammit. Da habe ich zu früh... Zu früh geschaltet. Oder eben nicht geschaltet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, äh, was... Also... So Tiere zähmen ist... Ist ganz cool. Aber ich weiß nicht, ob das was bringt, ehrlich gesagt. Also bei Far Cry Primal, äh, bringt das ja total was. Aber hier, ich meine, die machen ja die Tiere einfach easy peasy kaputt. Naja. Aber wir haben gesagt, wir probieren es mal aus. Deswegen werde ich auf jeden Fall auch den... Den Betäubungsfeil machen. Vor allen Dingen im Betäubungsfeil ist ja... Oh, cool. Also... Kann man da jeden betäuben? Einfach so? Egal welches Level? Ein bisschen overpowered. Hi. Entschuldigung. Ich wollte dich eigentlich von oben... Wow. Äh, von oben... ...töten. Aber du bist dann einfach weitergegangen. Du Schlawiner, du. So. Gut. Hier bekommen wir auf jeden Fall ziemlich, ziemlich viel. Aber ja, es ist ja auch, äh... Ist ja auch eine heftige... Ein heftiger Stadt, Dorf. Festung. So. Gut. Uuuu. Stimmt was nicht? Was? Hier stimmt alles. Hier stimmt was nicht. Was bist du denn? Neuer Typ. Ja, ein bisschen mehr Schaden machen jetzt. Das stimmt. Oh, da ist schon der nächste... Wohin mit dir? Ich leg dich mal hier ab. Oh, und da ist schon der nächste. Warte, ich schau mal, wieviel Schaden das macht. Ja, die Hälfte. Wie gemein war das denn? Alter, der wurde getötet davon? Ach, krass. Okay. Okay. Vielleicht sind die Tiere doch nicht so schlecht. Aber wieso tötet die den, wenn der Bär stirbt? Ein bisschen seltsam. Entschuldigung. So. Da ist eine Tafel. Äh, ein Fingerzeig. Äh, wo bis im Teil der Schlange liegt ein, äh, ein halb vergrabener Titan von dort, wo sein mit dem Monsterfinger hin zeigt, geh nach Norden, du findest mich auf den Kipfel. Nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell, ich, ich muss hinterher. Oh. Ich hab den ohnmächtig gemacht. Egal. Egal. Ich habe E statt F gedrückt. Gut. Gut. Naja. Egal. Oh. 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 Warte mal. Ok, 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 ok. Ähm, ich dachte schon, hä, da liegt doch noch die Leiche, aber nööööööööööööö yous chrö, Du Arschloch! Der hätte mich halt echt beinahe gekillt, ne? Alter! Der ist echt heftig. Ja, zu deinem Freund. Oder der war richtig heftig. Uiuiui. Der wacht nur auf und macht Probleme. Der wacht auf! Ah, ich kann nicht mehr zielen. Ich kann nicht mehr treffen. Scheiße. Wieso habe ich den da liegen lassen? Wieso habe ich er so verfehlt? Das war bis zum Schluss gut. Äh, nein. Äh, nein. Äh, was machst du da? Okay. Na gut. Das war's dann. Ihr habt recht. Ja, verdammt. Muss er noch schnell den töten. Aber der könnte mich warnen. Der könnte mich warnen. Äh, der könnte mich warnen. Uhuhuhu. Okay, das ist mir ein bisschen zu viel. Tschau. Ich weiß gerade nicht. Ich weiß gerade nicht, wohin die geht. Oh ja. Alles nach Plan. Alles nach Plan. ich gute hier mal ein bisschen bis die sich beruhigen ach so ja stimmt ja ich dachte du weißt es weil du bei tobi zum beispiel zugeschaut hast gut ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020